Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum UEFA Champions League Tippspiel am Saison 2018-19 erstattet die UEFA Champions League mit dem ersten Spieltag der Gruppenfahrer. Das ist Teil 1 von 4 und ja, wir starten jetzt mit der Gruppe A. Das geht, wo geht es gegen Borussia Dortmund? Das geht, wo geht es gegen Borussia Dortmund? Und A. Monaco gegen Athletico Madrid in order to Trump Athletico. Gruppe B. FC Barcelona gegen PSV enthoben. 3 zu 0 für Barca und Inter Mailand gegen Tottenham. Gruppe B. FC stored in Schu DYS im 2 zu 4 für Paris und Belgrat gegen 16 Neapel, 0 zu 3 für Neapel und kommen jetzt zu Kuba D Kalatasaray Istanbul gegen Lokomotive Moskau, 2 zu 0 für Kalatasaray und FC Schalke 04 gegen FC Porto 2 zu 2 So, das war nun vom ersten Spieltag der erste Teil in der UEFA Champions League von 2 1 Spieltag 1, wir sehen uns, bis dann, ciao! 2 1 2 2 3 5 5 6 5 10 10